Die wollen mich doch wohl verarschen, oder? Moin Freunde und herzlich willkommen zur neuen Runde bei mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr habt euch wahrscheinlich gewundert, warum so lange nichts gekommen ist. Die letzten zwei Wochenenden habe ich an einem kleinen Roadtrip-Video gearbeitet. Ich war ja unter anderem bei Magic, beim lieben Zipfelchen, bei PX1, Kinemod, Smokers Paradise in Augsburg und weiß da geier noch wo. Und da muss ich das Ganze jetzt auch erstmal zusammenschneiden. Das kommt irgendwann im Laufe der Woche oder vielleicht zum Wochenende hin. Mal sehen. Drum jetzt nochmal so was Kleines, in Anführungszeichen, für zwischendurch. Heute geht's um die Pandora. Ja, bitteschön. Kommen wir als erstes zu den Einzelteilen und zum Aufbau der Pfeife. Die Pandora ist an sich eine Hybridpfeife, würde ich es mal nennen, aus Edelstahl und Holz, aus dem Hause Asa oder Nagelämmen, wie es wahrscheinlich die meisten kennen werden. Preis-Technisch liegt die Pandora je nach Konfiguration in etwa bei, ich sag mal so 300 Euro in etwa. Allerdings, ihr habt's vorher gesehen, der Konfigurator ist aktuell down, sonst hätte ich euch auch gerne den Bestellprozess und das Ganze zusammenstellen gezeigt. Aber, shit the fan, ne? Mal so vorne weg. Was meine ich eigentlich mit Hybridpfeife? Naja, bei der Pandora ist das Innenleben komplett aus Edelstahl und die Holzakzente sind alles Design-Elemente, würde ich es jetzt mal nennen, die sich außen an der Pfeife befinden. Und damit fangen wir auch schon direkt an und zwar mit der Bowl. Die Bowl ist für mich ohne Frage eine der schönsten Bowls, die man aktuell auf dem deutschen Markt kaufen kann. Sie hat eine eher kegelige Bowlform, ohne viel Schnickschnack, mit einem ziemlich kleinen Volumen, was sich definitiv im Rauchverhalten widerspiegelt. Die Färbung variiert natürlich je nach Bowl, ist allerdings eigentlich immer relativ dezent eingeschätzt und wirkt einfach in meinen Augen edel. Also die Qualität ist ziemlich solide, würde ich da sagen. Farbtechnisch ist bei der Pandora auch für eigentlich fast jeden etwas dabei. Von Blau über Grün zu Rot findet man eigentlich hier alles. Ich blende euch hier auch noch einmal die ganzen verschiedenen Farbvarianten, die ihr so bekommen könnt, einmal kurz ein. Und ich denke, viele werden da so manche MPS-Farben auch wieder sehen. Oben an der Bowler angebracht ist ein Gewinde, in Anführungszeichen. Das Ganze ist mit einem Klickverschluss versehen, der nach außen hin sichtbar ist. Bekannt ist das eigentlich schon relativ lange, auch von älteren MPS-Modellen. Damit das Ganze auch wirklich dicht ist und auch dicht hält, ist oben noch ein kleiner Dichtring, wobei klein ist auch wieder relativ, mit angebracht. Und dieser Klickverschluss mit einem leichten Winkel sorgt dann im Endeffekt dafür, dass die Base direkt auf den Dichtring gepresst wird und das Ganze so dicht hält. Leider ist der Dichtring, darum habe ich das Ganze auch vorher mit relativ etwas abgeschwächt. Der ist etwas zu dick in meinen Augen. Also mir ist da aufgefallen, dass man die Base nicht bis ganz zum Ende des Klickganges zudrehen kann. Die Base ist im Inneren, wie vorher bereits erwähnt, aus Edelstahl gefertigt und kann mit insgesamt vier Schlauchanschlüssen bestückt werden. Dabei sind quasi etwas längere Edelstahlrohre in die Base versenkt worden und oben an diese, ja ich nenne es jetzt mal, Schlauchanschlussaufnahmen sind quasi kleine Gewinde angedreht worden. Außen ist die Base dann oben mit Holz eingefasst, in diesem Fall, wie wir hier die Pfeife vor uns haben, ist es Zebrano. Das Holz liegt also wirklich schön auf der Base auf und wirkt einfach sehr gut eingepasst insgesamt. Am unteren Ende der Base ist das Ganze noch in Edelstahl belassen und mit einem sehr dominanten Pandora-Schriftzug bestückt. Die Schlauchanschlüsse werden, wie gesagt, auf ein etwas längeres Rohr geschraubt. Warum ist das Rohr länger, fragt ihr euch? Naja, über diese Aufnahmen nenne ich es jetzt einfach. Wir hatten kleine Holzringe geschoben, welche dann in die Base eingepasst sind. Also ein weiteres Teil-Design-Element würde ich es jetzt einfach mal nennen und mal was ganz anderes. Hier muss man teilweise allerdings etwas drehen und rücken, da diese nicht ohne weiteres hundertprozentig so verpassen. Geht allerdings eigentlich auch relativ einfach, wenn man da ein bisschen dran rumspielt, sag ich mal. Nun gibt es zwei verschiedene Varianten, was auf die Schlauchanschlussaufnahme gebaut werden kann. Einmal ein Schlauchanschluss oder eben ein Ventil. Die Schlauchanschlussaufnahmen sind innen mit einem leichten Konus gefertigt, sodass die Kugel einfach nur eingelegt wird und nicht in die Base fallen kann. Dann kann darauf entweder ein Ventil oder ein Schlauchanschluss gedreht werden mit einem kleinen Gewinde. Das Ventil ist dabei ziemlich simpel und funktional. Ein kleiner Blindstopfen mit vier Bohrungen zum Auspusten, allerdings optisch wirklich schön gestaltet in meinen Augen. Der Schlauchanschluss hingegen ist ein wirklicher Fortschritt im Vergleich zu älteren Nagelämpfeifen. Hier finden wir ein formtechnisch ansprechendes Design mit einem Normschliff in 18.8. Ich habe hier mal ein Gegenstück von Kinemod genommen und das passt direkt wie die Faust aufs Auge. Sehr schön, dass hier mal auf Dichtungen etc. verzichtet wurde. Im Inneren ist der Schlauchanschluss relativ simpel gehalten. Eine kleine Bodenplatte mit drei relativ großen Bohrungen hält die Kugel da beim Ziehen an Ort und Stelle. Solltet ihr eine benutzen natürlich. Das Ganze wird dann auch einfach an die Aufnahme über die Holzhölze geschraubt und schließt somit ab und hält das Holz genau da, wo es sitzen soll. Jetzt seht ihr im Hintergrund dann die fertig zusammengebaute Base der Pandora. Kommen wir als nächstes zur Rauchsäule. Die ist im ersten Moment relativ simpel. Ein einfaches Edelstahlrohr. Wobei, das ist auch nicht ganz korrekt. Es sind sogar zwei Edelstahlrohre. Denn ihr könnt eure Pandora kürzen, wenn ihr wollt. Die Rauchsäule ist daher zweigeteilt und mit einem Gewinde in der Mitte verbunden. Die Rauchsäule wird also einfach über das Außengewinde an die Base geschraubt und passt durch die kleine eingebaute Stufe. Ziemlich gut eigentlich in das Holz-Overlay der Base. Passt nicht hundertprozentig, aber ist auch gar nicht so gewollt. Das Gewinde hat leider ziemlich viele Windungen und man ist da auch eine ganz schöne Zeit am Drehen. Aber ich denke, das könnt ihr im Hintergrund eigentlich auch ganz gut verfolgen. Dafür gibt es aber auch einen guten Grund. Das ist wohl deshalb so gelöst worden, da das Tauchrohr über ein Innengewinde an das Außengewinde der Rauchsäule geschraubt wird. Also relativ Standard MPS mäßig. Das Tauchrohr selbst weist allerdings auch die eine oder andere Besonderheit auf. Zu allererst ist das Tauchrohr ebenfalls zweigeteilt. Sehr pragmatisch gelöst, da viele wahrscheinlich das Tauchrohr sonst selbst kürzen würden und damit der Diffusor dran glauben müsste. Oder wenn mit Diffusor geraucht wird, der Wasserstand sonst so niedrig wäre, dass der Vorteil der kleinen Volumenbowl einfach wegfallen würde. Der Diffusor selbst ist auch eher ungewöhnlich gestaltet, denn dieser ist direkt in ein Grobgewinde gebohrt. Dazu kriegt ihr noch eine kleine Metallhülse mit entsprechendem passendem Innengewinde, sodass ihr den Diffusor je nach persönlicher Präferenz komplett auf, teilweise auf oder komplett geschlossen halten könnt. Dazu könnt ihr einfach die Metallhülse komplett nach unten abschrauben oder ihr schraubt sie, je nachdem wie viel vom Diffusor ihr nutzen wollt, nach oben bis auch maximal komplett geöffnet. Ich bin persönlich eher ein Fan vom nach oben schrauben, da einfach nichts irgendwo abseits der Pfeife rumliegt, sondern alles beisammen ist. Was mich allerdings etwas gestört hat, ist beim Festschrauben des Tauchrohrers. Da habe ich mir nämlich immer den Diffusor an- oder abgeschraubt, da ich irgendwie zu doof war, das Teil nicht irgendwo festzuhalten. Schön gelöst auf jeden Fall mit dem Gewinde, optisch vielleicht nicht so sonderlich das Highlight, aber funktional. Und man muss keine Angst haben, dass ein Ein- oder Aufsteckdiffusor irgendwann abfällt und RKO-out-of-nowhere-Style eure Bowls zerlegt. Aber ihr kennt mich, ich halte das Ganze so oder so eher geschlossen, bei mir darf es gerne mal etwas blubbern. Nun schraubt ihr also nur noch das Tauchrohr von unten auf das Gewinde der Rauchsäule und schon ist die Pfeife rein funktional fast stark klar, würde ich sagen. Stecken wir das Ganze nur noch auf die Bowl und drehen es fest, sieht man genau, was ich vorher gemeint habe mit dem zu großen Dichtring. Die Bowl lässt sich nicht komplett schließen, hält aber dicht und ist auch fest. Wie ihr seht, kann ich das Ganze auch einfach an der Rauchsäule im Endeffekt hochheben. Optimal gelöst ist das in meinen Augen allerdings nicht. Ja, ja, die Rauchsäule. So ein Edelstallrohr als Rauchsäule wäre allerdings schon verdammt langweilig. Daher gibt es bei der Pandora verschiedene Holzelemente, die vergleichbar mit der Base oder den Aufnahmehülsen Außenelemente als Holz für die Rauchsäule sind. Mitgeliefert werden hier drei Stück. Zuallererst kommt ein kleiner Edelstallring auf die Base, welcher den Übergang verdeckt. Und ja, ich bin voll Spaß, der das unterste Teil direkt einmal beim Aufbau, wo ich es gefilmt habe, falsch aufgesteckt hat. Bitte steinigt mich nicht dafür. Die Holzteile sind an sich gut verarbeitet. Das Zebrano-Holz, das wir hier vorliegen haben, hat leichte Tiefen und Dellen teilweise mit drin. Aber das ist einfach der Holzbeschaffenheit an sich geschuldet. Vom Aussehen und der Haptik her, generell fühlt es sich verglichen mit beispielsweise meiner VUCA nicht ganz so wertig an und auch weniger gut behandelt. Ich würde also hier vor allem, was Feuchtigkeit und so weiter angeht, sehr, sehr vorsichtig sein. Das Ganze funktioniert ab hier dann eigentlich denkbar einfach. Auflegen und drüber stecken in der gewünschten Reihenfolge, wie man es gerne hätte. Damit man auch hier die Übergänge nicht sehen kann, gibt es zweiseitig vertiefte Einlegeelemente aus Edelstahl, in die sich die Holzsegmente einfach einpassen. Das Schöne daran ist, man kann sich hier frei entscheiden, in welcher Reihenfolge man diese Rauchsollenelemente aufsteckt. Und wenn man lustig ist, kann man zumindest ein paar Tage immer mal wieder mit einer anders aussehenden Pfeife rauchen. Was fehlt also noch für eine komplette Pfeife? Der Teller natürlich. Der Teller ist hier eigentlich sehr einfach gehalten, aber funktional. Ist an sich nur ein Edelstahlteller mit einem kleinen Schwung zur Mitte hin und einem gebohrten Loch für den Kopfadapter. Proportional finde ich den allerdings genau richtig für die Pfeife und bei Edelstahl kann man so oder so nichts falsch machen. Der Kopfadapter ist im Gegensatz zu vielen anderen Pfeifen etwas länger gehalten und enthält auch mal Design-Elemente. Dieser ist leicht doppelt geschwungen und greift so das Rauchsollendesign von dieser Variante wieder leicht auf. Generell ist die Passung wirklich gut und macht definitiv auch mal was her. So meine Freunde, jetzt habt ihr auf jeden Fall die Einzelteile alle mal gesehen und die Detailbilder auch mal anschauen können. Und auch wie das Ganze so zusammengebaut wird, gehen wir also als nächstes zum Rauchverhalten und zu meinen eigenen Gedanken zur Pfeife. So meine Freunde, ich habe heute mal wieder eine bisschen andere Perspektive gewählt. Ihr habt mir Feedback dazu gegeben und ihr wolltet es lieber so haben, also machen wir das natürlich. Ich habe hier die Panora schön stehen, jetzt seht ihr das ja auch nochmal richtig im Sonnenlicht. Also ich habe heute mit dem Wetter echt Glück gehabt. Generell muss ich sagen, ich finde die Pfeife raucht sich wahnsinnig entspannt. Was hier einfach extrem zum Tragen kommt, ist für mich die Anpassbarkeit der Pfeife. Also wir haben die trennbare Rauchsäule, wir haben das trennbare Tauchrohr, wir haben diesen verstellbaren Diffusor. Man kann sich im Endeffekt jeder so, ich sage mal, sein eigenes Rauchverhalten zusammenstellen, wie er es gerne hätte. Wenn man ein bisschen mehr Anzug will, naja gut, dann schraubt man halt den einen Teil vom Tauchrohr ab, hat dadurch weniger Volumen in der Bowl und das Ganze wird direkt direkter. Es wird allerdings nie, im Endeffekt sage ich gleich dazu, so in Richtung Wukau oder Tradi oder wie auch immer gehen, da hier einfach im Endeffekt die Durchmesser nach wie vor etwas zu groß sind. Ich glaube hier ist auch ein 20er Rohr verbaut, dementsprechend da geht schon einiges durch. Also es ist definitiv ein modernes Rauchverhalten. Aber man hat hier einfach wirklich viele Möglichkeiten, so ein bisschen dran zu drehen und ein bisschen Feintuning zu machen. Als nächstes möchte ich auch auf den Diffusor zu sprechen kommen. Ich finde es gut, dass man den einstellen kann, allerdings finde ich die Löcher zu klein oder zu wenig. Also ich habe jetzt gerade den Diffusor offen, mir persönlich gefällt es mit geschlossenen Diffusor deutlich, deutlich besser, denn es ist irgendwie so unkonstant, habe ich das Gefühl. Es ist so, als würde es immer leicht nachschwingen, so pulsierend mäßig. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll, aber hört einfach mal aufs Geräusch hin, Freunde. Das ist kein schöner, konstanter Zug, nicht wie zum Beispiel bei den Stimulation Diffusoren oder Vergleichbaren, die Kinemod, finde ich, macht das auch ziemlich gut in dem Sinne. Das hier ist etwas so wie pulsierend. So, es geht mal mehr durch, mal weniger, mal mehr, mal weniger. Das nervt mich ein bisschen, weil das Gefühl hat man auch beim Rauchen selbst. Also ich persönlich bin da eher ein Fan, komplett geschlossen halten. Generell raucht sie sich wirklich entspannt. Da kommt einfach auch nochmal das kleine Bowl-Volumen zum Tragen. Ich weiß jetzt nicht, ob man es hier im Bild noch drauf hat, aber es ist eigentlich wirklich nur diese verjüngte Säule mit Rauch gefüllt. Das ist ja, der Wasserstand ist ziemlich hoch, jetzt auch mit beiden Tauchrohrelementen drin. Also da kann man echt nicht meckern. Das ist in Ordnung. Das Einzige, was mir an der Pfeife ein bisschen fehlt, vor allem wegen dem Holz, ich wäre da immer sehr, sehr vorsichtig. Ich habe ja vorher schon gesagt, ich finde es nicht von der ganzen Habweg her und so weiter, fühlt es sich nicht so gut behandelt an wie bei der VUCA oder nicht so gut versiegelt. Ich hätte oben gern irgendwie was Richtung Molassefänger oder so. Wenn mir hier irgendwie im Endeffekt was durch den Teller oder so durchtropft oder irgendwo rankommt, hat man das im Endeffekt direkt auf dem Holz. Da bin ich jetzt nicht so der große Fan davon. Aber das ist auch nur so eine Bemerkung am Rande. Zu meinem Fazit und meinen positiven und negativen Punkten kommen wir gleich. Rauchen tut sie sich wirklich gut. Modern, aber definitiv gut. So, dann noch ein paar Gedanken zu der Pfeife von mir so zum Schluss. Ich ziehe erst nochmal. Ich habe jetzt den Diffusor wieder etwas weiter zugeschraubt. Das war mir vorher etwas zu unkonstant. Ich möchte als allererstes mal auf die negativen Punkte eingeben, dann was so in neutralen Bereichen ist, sag ich mal. Und dann auch noch die positiven Punkte vorheben, Freunde. Als allererstes, mir ist es aufgefallen beim Tragen und so weiter. Diese Holzelemente hier außen rum sind ja im Endeffekt alle nur aufgesteckt bzw. aufgelegt. Und wenn man das Ganze jetzt tatsächlich hier an der Rauchsäule nimmt oder auch mal irgendwo ganz kurz hinstellen will oder so und kommt richtig an die Baul ran und man nimmt es an der Rauchsäule, hat man ein sehr, sehr wackeliges Gefühl. Einfach weil sich hier alles außenrum bewegen kann. Und genauso beim Diffusor mit dieser Aufschraubhülse. Es fühlt sich einfach etwas wackelig an. So für mein Gefühl. Außerdem zum Holz selbst. Das Holz so ist wunderbar verarbeitet. Allerdings, wie gesagt, rein von der Haptik her und so weiter, wenn ich es mit anderen Holzpfeifen vergleiche, fühlt es sich in irgendeiner Art und Weise schlechter behandelt an irgendwie. Und auch hier teilweise mit den Riefen in Zebrano und so weiter muss man hier wahrscheinlich sehr, sehr vorsichtig sein, was das Holz und die Beständigkeit angeht. Außerdem noch ein Punkt zum Holz. Ihr habt es vorher gesehen bei den Schlauchanschlussaufnahmen, wenn man diese Hülsendrum machen will. Das Holz ist hier teilweise relativ schlecht eingepasst. Also man muss hier wirklich genau den Punkt erwischen und auch etwas drehen und rücken, damit das wirklich hundertprozentig da reinpasst. Also das hätte man vielleicht ein bisschen anders lösen müssen, so ganz generell. Vielleicht auch vom generellen Aufbau her oder vielleicht vom Aufbau der einzelnen Hülsen, dass das Ganze einfach hier wirklich schön und idiotensicher, sage ich mal, zusammensetzbar ist. Und ja, die generelle Pflege habe ich ja schon erwähnt. Auch bei meinem Buka-Video-Holz ist es immer sehr, sehr pflegeintensiv, weil es einfach ein weiches Material ist. Also hier müsst ihr definitiv auch Zeit investieren und sehr, sehr gut darauf aufpassen, um das wirklich in einer 1A-Kondition zu halten. Dann, was für mich einer der größten Punkte mit ist, ist der Klickverschluss. Wir haben relativ viele Klickverschlüsse jetzt heute schon auf dem Markt und da gibt es auch definitiv gute Vertreter. Was mich hier bei dem Klickverschluss immer etwas stört, ist, dass der Klick sichtbar ist. Ich weiß nicht, ich finde das nicht schön. Ich verstehe die Logik dahinter nicht. Es wäre kein Problem, das Ganze etwas anders zu gestalten in meinen Augen. Haben andere ja auch schon gemacht für einen vergleichbar günstigeren Preis. Also das hätte man einfach anders machen können. Dann, wenn wir schon beim Verschluss sind, der Dichtring. Der Dichtring ist einfach zu groß. Der Klick lässt sich nicht komplett schließen bei dem Modell, das ich hier habe. Also mir persönlich ist das ein absoluter Dorn im Auge, weil ich nie weiß, ist das 100%ig dicht, wenn ich es jetzt mal irgendwo ganz kurz hochhebe oder so. Das muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Also das gefällt mir wirklich gar nicht. Wenn man Klicken macht, soll der auch bis ganz zum Ende zugreiber sein und wirklich bombenfest sitzen. Vielleicht noch mal so eine kleine Vertiefung oder so. Damit da auch wirklich definitiv nichts passieren kann. Ansonsten, ich habe es vorher auch schon ganz kurz angesprochen, ich finde heute gehört es eigentlich schon fast zum guten Ton. in irgendeiner Art und Weise auch eine Möglichkeit für einen Schliff oben an der Rauchsäule anzubieten. Man kann hier natürlich dann auch einen Schlauchanschluss oder was mit aufschrauben, das geht. Allerdings hat der Kopfadapter dann keinen Schliff, da braucht man erst wieder ein Gegenteil und so weiter und so weiter. Also ich finde, da sollte auch einfach ein Paket mit angeboten werden, wo sowas einfach mit inbegriffen ist. Weil ich denke, vielen wird es so gehen, dass ihnen die Pfeife vielleicht optisch so ganz gut gefällt, aber ein bisschen zu klein ist und man vielleicht einfach noch ein bisschen schönes Glas passend zur Baul oder sowas mit einbringen möchte. Und mein letzter wirklich großer Kritikpunkt dran ist der Diffuser. Der Diffuser ist von der Idee her schön mit dieser aufschraubbaren Hülse und dem Einstellbaren. Allerdings gefällt mir die Umsetzung nicht. Also man hat einfach so einen richtig unkonstanten Zug. Ich finde es wirklich deutlich besser, die Pfeife raucht sich deutlich angenehmer, wenn das Ganze geschlossen wird. Und dann hat das Ganze auch einen wirklich ordentlichen Sound, würde ich mal sagen. Hört einfach nochmal hin, Freunde. Also das macht dann wirklich Spaß. Ansonsten, so zu meinem, ich sag mal neutralen Punkt, der Preis ist im Rahmen, würde ich sagen. Also man kriegt vergleichbare Qualität mit mehr Features auch günstiger. Aber man muss hier natürlich sagen, mit dem Holz und dem Außenrum steckt hier sehr, sehr viel Aufwand drin. Und einfach mit diesen ganzen kleinen Gimmicks, die man hat, mit dieser Anpassbarkeit und der generellen Verarbeitungsqualität, finde ich den in Ordnung. Aber es gibt natürlich auch Pfeifen, die im Endeffekt Vergleichbares leisten mit halt einer anderen Optik, die günstiger sind. Aber ich persönlich, mir wäre es das Ganze wert. Ansonsten kommen wir zum Schluss zu den positiven Punkten an der Pfeife. Und zwar als erstes die gute Verarbeitungsqualität gesamt. Die Holzteile sind wirklich sauber abgedreht, nicht ganz so gut behandelt, aber wirklich sauber. Die Edelstahlteile weisen keinerlei Macken oder Kratzer auf. Die Bowl ist für mich ein absolutes Highlight. Von der Form her, von der Farbgebung her, da war Nagilem ja immer schon sehr, sehr stark. Auch der Teller, um die das Ganze einfach zusammengestellt ist, gefällt mir das einfach richtig, richtig gut. Die Gewinde laufen auch weitestgehend sehr sauber. Haben teilweise etwas viele Windungen, aber alles wirklich vollkommen in Ordnung. Also dafür definitiv ein Pluspunkt. Ansonsten auch diese einzigartige Optik. Das ist so eine Hybrid-Optik aus Holz und Edelstahl, die sehr, sehr gut zusammen harmoniert. Man hat jetzt nicht das Gefühl, das eine ist zu viel, das andere ist zu wenig. Sondern ich finde, die haben genau das richtige Mittelmaß getroffen. Auch mit der Höhe der Pfeife, mit dem Zusammenspiel aus Pfeife und Bowl. Die Optik davon ist wirklich erste Sahne. Gefällt mir richtig, richtig gut. Gut, dann, ich kann es glaube ich gar nicht oft genug erwähnen, die kleinvolumige Bowl. Das Ding ist für mich Bombe. Schön gestaltet mit dieser kleinen Farbe, mit der Farbgebung unten drunter, wirklich schöne Farben. Auch einfach teilweise Klassiker von den alten MPS Bowls wiedergebracht, in einer richtig schönen Form. mit dem sleeken Logo unten drin und einfach vom Rauchverhalten, da wirklich nur dieser kleine Hals hier gefüllt ist, einfach perfekt. Die ist 1A. Da können sich ganz, ganz viele Hersteller mal eine Scheibe von abschneiden. Und weil wir gerade auch schon bei der Optik waren, liebe Freunde, man kann im Endeffekt die Optik der Pfeife ja immer wieder variieren. Wir haben hier verschiedene Rauchsäulenelemente, man kann verschiedenes Holz zusammenstellen, man kann sich immer wieder was Neues einfallen lassen. Und die Pfeife einfach neu für sich selbst kombinieren, wie man sie halt heute gerade haben will. Also das ist einfach schön, dass einem da diese Option auch geboten wird. Generell ist die komplette Pfeife ja auf Anpassbarkeit auch irgendwo ausgelegt. Über die trembare Rauchsäule, über das Tauchrohr mit dem Lifuso, mit den trembaren Tauchrohr-Elementen. Und die komplette Pfeife soll einfach auch auf deine eigenen Bedürfnisse angepasst werden können. Und ich finde, das haben sie wirklich sehr, sehr schön umgesetzt. Das passt wirklich super. Ansonsten, was mir persönlich auch sehr, sehr gut gefällt, ist, dass man hier einfach auf Schliffe umgestiegen ist. Schliffe waren ja eigentlich immer so ein Trend, wo NPS oder Nagilem hinterhergehängt ist. Die haben sehr, sehr lange an ihren normalen Schliffadaptern, äh, nicht Schliffadaptern, eben nicht Schliffadaptern festgehalten. Und dass das Ganze hier einfach umgestellt worden ist auf Schliffanschlüsse, ist für mich ein sehr, sehr großer Pluspunkt. Denn das ist heute einfach die Norm und es ist einfach viel angenehmer, hier einen Schliff zu nehmen, reinzustecken und losrauchen zu können, als da mit Dichtung oder sowas noch irgendwie großartig arbeiten zu müssen. Und was mir persönlich auch sehr, sehr gut gefallen hat, vor allem mit dem Diffusor, ich habe es gerade vorher erst festgestellt, wenn ich jetzt hier, blöck gesagt, den Diffusor umstellen will, nehme ich den Klickverschluss, drehe den auf, hebe das Ganze hoch, kann das Ganze hier runterdrehen, ich hoffe, das kann man einfach sehen, setze das Ganze wieder drauf und drehe es einmal zu. Funktioniert super, einwandfrei, kann man auch alleine machen, man muss nicht irgendwie großartig was machen, ich könnte sogar den Schlauch dran lassen. Also das ist einfach wirklich sehr, sehr schön gelöst. Klickverschlüsse allgemein sind einfach wirklich praktisch und von daher war das schon mal mein kurzes Fazit. Mir gefällt die Pfeife insgesamt gut, die Optik ist der Burner, das Rauchverhalten ist für mich in Ordnung, ist ein modernes, aber man kann sich das ja auch einfach ein bisschen anpassen. Mir wäre sie wahrscheinlich, da mir wirklich eigentlich nur die Optik dran gefällt, wäre das für mich so ein, also, was heißt nur die Optik dran gefällt, da für mich die Optik das herausstechendste ist und diese Anpassbarkeit, würde ich sie mir wahrscheinlich eher in die Vitrine stellen und dafür wären es mir 300 Euro ohne alles wahrscheinlich eher nicht wert. Aber generell ist die Pfeife ihr Geld definitiv wert, wenn sie auch benutzt wird, denn, wie gesagt, die Anpassbarkeit und die optischen Möglichkeiten sind wirklich super. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal.